Wir bekommen zwei neue Schüler in die Klasse. Alle sagen Hallo, nur die frechen Mädchenticke nicht. Es klingelt zur Pause. Nur die beiden Neuen machen draußen Sport. Ach, ihr könnt doch eh nichts. Das sagen sie täglich. Nach fünf Monaten gucken alle die Sportschau. Dort sehen sie die beiden Jim und Jaden. Am nächsten Tag läuft die Mädchenklicke Jim und Jaden hinterher. Wir wollen ein Auto graben, bitte, bitte, bitte. Ihr habt uns gemobbt. Aber wir verzeihen euch trotzdem. Und nun sind alle Freunde.